Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um zwei neue Sicherheitsbegriffe bzw. fast neue Sicherheitsbegriffe und zwar eine Unterteilung von CCA-Sicherheit in CCA1, das Schwächere, und CCA2, das ist das, was wir bisher kannten. Schauen wir uns mal an, was wir bisher als CCA2-sicheres Verfahren oder auch normal CCA-sicher empfunden haben. Also wir hatten den Angreifer und den Challenger und der hat dann einfach von uns ein, na komm schon, ein Enk-Orakel bekommen, also Enk von Punkt und ein Deck-Orakel hat er auch bekommen, Deck-Punkt und musste sich dann, konnte damit machen, was er wollte, die hat er behalten und dann hat er uns zwei Nachrichten geschickt, einmal M0 und einmal, upsala, einmal, na komm schon, einmal M1. So, und dann haben wir uns ein zufälliges Bit B gezogen, das schreibe ich jetzt nicht nochmal extra hin und wir haben ihm ein gewisses Schiffrat gegeben, das entweder M0 verschlüsselt oder M1 verschlüsselt war. Der Trick dabei ist, dass er dieses Deck-Orakel hatte, das hat ihn CCA-sicher gemacht, also Chosen Cypher Text Attack sicher und das ist echt schwerer gewesen oder, ja, der Angreifer war offensichtlich deutlich mächtiger als ein CPA-Angreifer. Das ist CCA-2-Sicherheit, denn er hat das Deck-Orakel erhalten, also er hat es auch behalten, aber, ähm, bei der CCA-1-Sicherheit, da muss er das Deck-Orakel wieder abgeben und zwar, nachdem er hier dieses Challenge-Schiffrat erhalten hat. Also, sozusagen, hier ist ein Break-Point und hier oben hat er Deck-Orakel, hat Deck und, ja, logischerweise hat er auch das, ähm, Eng-Orakel, aber das Eng-Orakel behält er und hier unten hat er das Deck-Orakel nicht mehr, hat kein Deck. So, jetzt könnt ihr euch höchstwahrscheinlich denken, dass das schwächer ist als die Version, die wir davor als CCA-Sicherheit hatten und genau so ist es. Das hier ist CCA-1-Sicherheit, das ist echt schwächer als CCA-2-Sicherheit. CCA-2-Sicherheit ist einfach die Version, die wir vorher hatten, also wenn er das Deck-Orakel behalten hat. Gut, ähm, ja, im Prinzip war das schon alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte. Okay, ähm, und nächstes Video machen wir dann ein CCA-1-sicheres Verfahren aus Mac-Elise. Das ist nämlich bisher bloß, ähm, C-P-A-sicher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Unterteilung wird wichtig werden und deswegen ist wichtig, dass ihr sie verstanden habt. Aber ich glaube, die ist kein Problem und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!